Hallo Spinne, ich mag dich, aber du mich nicht, oder? Ja, Mama. Hallo Spinne, ich mag dich, aber du mich nicht, oder? Ja. Hallo, es ist jetzt kommt zu einer neuen Folge Let's Play und wir sind heute in dieser neuen Season und ihr seht schon den Namen, wer bei mir ist, der liebe Finny Boy. Hallo, ich bin Finn, nein, ich bin Kirin. Nein, ich bin Finn, komm, das ist nicht mein Kirin. Nein, ich bin Finn! Er ist Finn. Und wir haben eine, Alter, die Bäume sehen voll hübsch aus. Hübsch, Bäume. Und wir haben eine neue Season angefangen und ich werde auch gleich die Regeln erklären, aber während ich... Julian, ich habe ein Geschenk für dich. Hör mich an. Wer Finn? Oh, eine Rose. Bitte schön. Oh ja, danke schön. Oh ja. Wie gesagt, wieder im schlechten Format mit der Kamera auf AX-B... Nein, das ist mein Baum. Piss dich, nimm mal anderen. Ich nimm Dunkelholz. Ich drücke auch ein bisschen von der Kamera weg, Finn natürlich auch. Jetzt habt ihr nur gehört, wie wir nach hinten rückt sind. Ha ha ha. Denn sonst hört ihr wieder das Klick an, wie bei der Season 1, aber das stört euch natürlich nicht, denn wir haben schon 44 Zuschauer insgesamt. Ist das nicht schön, wenn auf der rechten Seite ist Finns Bildschirm, auf der linken Seite ist mein Bildschirm. Sieht man auch gar nicht irgendwo in den Enken. Okay, 2 Fichten setz Linge. Das reicht doch eigentlich. Und da kriegt jemand einen Abreicht. So, Finn, was machst du da? Bauma, Bauma. Okay, warte, ich hol mir auch ein bisschen Eichenholz. Äh, holst du Steine oder soll ich Stein holen? Ich hol ich Steine. Okay. Also hast du die Regeln schon erklärt? Ach ne, erklär ich jetzt. Also die neuen Regeln von Season 2 sind, damit das nicht so langweilig für euch ist, damit sich auch andere das anschauen, damit wir nicht so entspannt hierbei sind und einfach nur ganz entspannt was bauen. Gibt es neue Regeln wie die, die ich jetzt erkläre. Die erste Regel ist, wir bereiten uns in den ersten 20 Folgen, also 20, baust du eine Werkbank, aber noch kein Holzschwert oder so, aber wir bauen einfach eine Spitzhacke. Genau so, und jetzt hast du eine Werkbank und eine Spitzhacke gleich. Die gibst du mir dann, oder du wirst sie selber benutzen. Und zwar, wir bereiten uns jetzt in den ersten 20 Folgen oder so vor, bauen uns ein Never-Portal und einen Verzaugungstisch und sowas, und bereiten uns vor ins Never zu gehen. Oh, schau mal, ich gehe baumfähig. Ab der 20. Folge oder so, werden wir dann in das Never-Line gehen, haben wir uns schon abgerillt, auch Nefin. Mhm. Und dort dann ein bisschen, ja wie heißt es, für 20 Folgen Leben, was vielleicht ein bisschen schwieriger wird als gesagt, warte mal, hier will ich gar nicht bauen, denn... Und wenn, wir haben jeder zehn Leben. Genau, jeder hat zehn Leben in der ganzen Season, wir wollen mindestens 200 Folgen machen von der gesamten Season. Und wenn wir im Nether sterben, also wir müssen ja alles mitnehmen, aber wenn wir im Nether sterben, dann, oder der eine, der stirbt, der spornt dann ja wieder hier, in dieser schönen Welt. Und der darf dann natürlich auch hier dann irgendwie, wenn uns Essen fehlt, darf sich dann natürlich auch irgendwo kurz Schweinefarm gehen, oder so, weil der ist dann sozusagen in dieser Welt, aber wenn er irgendwie da im Nether ist, ist er im Nether. Das kann natürlich auch so sein, beispielsweise wir haben kein Essen mehr, und da muss einer von uns ein Leben opfern, um dann Essen zu holen. Und die Regel ist, wenn wir alle Leben verloren haben, also wenn ich jetzt nur noch ein Leben hätte und dann von einem Creeper explodiert, also wegen einem Creeper gestorben bin, bin ich raus aus der Season, ich darf dann nicht mehr mitmachen und bin dann ganz raus, wo ist die Werkbank? Da. Ich baue uns schon mal ein bisschen Ausrüstung. Und man darf dann nicht mehr mitspielen und ich werde dann natürlich nicht sagen, dass Finn und Cleo auch nicht mehr spielen werden, sondern ich mache das dann einfach so, ich logge mich ein und mache dann einfach gar nichts, sondern stehe die ganze Zeit auf der Stelle rum und mache einfach nichts. So, zwei Steinspitzacken erstmal. Zwei Äxte. Wird so eine Steinachsfarben? Ich schenke dir eine Steinspitzacke. Hier, bitteschön. Danke schön. Ich bin nicht wesentlich. Wenn ich jetzt die nicht benutze, bis du wiederkommst, dann bekomme ich sogar noch eine zweite. Nein. So, Holzspitzacken vielleicht nachher verbrennen. Holz ist eh immer wichtig. Also, hier habe ich Sitzlinge? Ich habe mich schon mal ausgerüstet. Ja, ich habe ein paar Sitzlinge. Hier, Eichensatzlinge. Weil ich so schön bin, so schlau bin. Ich hole schon mal da hinten nämlich Zuckerrohr, weil das brauchen wir nicht. Ein Horden töte den nicht. Nein, den brauchen wir. Der mag dich. Ich hole jetzt das Zuckerrohr, was da hinten ist. Alter, das ist eigentlich ein ganz schöner Cheat. Cheat! Nee, wir spielen übrigens in dem, ähm, Texture Peac. Äh, wie heißt das nochmal? Fantasy. Und, ähm, der Seed steht in der Beschreibung drin, welchen Seed wir benutzt haben. Den haben wir uns... Nein, den kann ich mir ja gleich nochmal angucken. Und deswegen werdet ihr... Könnt ihr einfach den Seed nachbauen. Okay, ähm, Finn? Mhm. Wo bist du? Finn? Äh, hast du Kürbis irgendwo gefunden? Nö. Und wir müssen uns ne unendlich viele Schneefarmen bauen. So wie bei Aura. So wie bei Aura. Ach ja, stimmt. Und dann können wir, wie heißt das nochmal? Dann können wir Schneemänner bauen. Genau das. Ich geh nochmal kurz auf die Suche. Hast du ein Schwert für mich? Äh, ja, ich ja. Aber die bauen wir noch kurz so... Ich hab kein Schwert. Ja, dann baue... Unter Schwert. Ja, das hab ich jetzt wieder aufgesammelt. Wir gehen dann erstmal ein bisschen weiter und suchen nachher noch Sachen. Äh, wo sollen wir denn lang gehen? Ey, wir sollen doch nicht ins Schneegebiet, oder? Schneegebiet ist das scheiße. Doch, mach Schnee, weil du im Schnee. Nein, das ist aber scheiße da. Ist aber langweilig. Du kannst ja von mir aus ins... Ah ne, wir wollen ja zusammenleben, ne? Pst. Das machen wir wohl auf dem Eis. Wir sind ja Eisbemoder. Nein. Ähm. Das ist einfach hier. Am Spawn direkt. Sollen wir da hinten so ne Brücke über das Meer bauen? Dahinten, wo Schnee und Normal sich kreuzen. Ja, ich baue die Brücke. Ja. Architekt. Äh, wie gesagt, in Season 1 war ich auch nicht so gut ausgerüstet. Äh, ich werde auch in Season 2 eher mit dem Baum befassen. Kann ich jetzt ein Schwert haben, bitte? Ja, kannst du hier gleich bauen aus Stein. Wir haben hier doch genug Stein. Ich habe ja grad mit dem Schwein gewählt. Wo war das Schwein? Schweine! Nicht, dass wir jetzt stirbsen. Äh, okay. Hier werden wir so ne Brücke rüber bauen. Weil hier ist auch kein Schnee. Doch da ist Schnee. Aber... Cool. Ja, aus was soll die Brücke sein? Holz, oder? Ja. Holz. Scheiß cool. So, dann brauche ich hier schon mal das hin. Äh, dann fange ich schon mal an. Warte, Fichtenholz? Ne, Eichenholz. Eichenholz sieht schöner aus. Wo fängt die Brücke mal an? Hier. Ich habe recht nicht viel Holz. So, dann ist die so ungefähr 3 bereit. Stein! Oh, falsch gebaut. Jetzt aber nicht den ganzen Stein einfach wahllos hier abbauen, ne? Ja, genau. Dann musst du aber die ganze Fläche hier auch bauen. Dann hole ich schon mal ein bisschen Dälen bauen. Der nervt jedoch. So, dann können wir gleich wieder abbauen. Ich habe so viel Holz, das kannst du mir gar nicht glauben. Hm, guck mal. Wie sagst du das alles umgewandelt? Gib mir das mal. Alles Holz? Ja, dann kann ich die Brücke schon mal bauen. 20 behalten. So, wo ist es da? Ich baue mal ganz kurz ne Doppeltruhe, okay? Okay. Wir machen das nicht wie bei Season 1, dass wir alle verschiedene Wege gehen, sondern Finn und ich versuchen möglichst ein eigenes Haus zu bauen zusammen. Weil das wir zusammen leben. Ja. Wir wissen nicht was Kiran will. Vielleicht will der... Spielt er mit? Sie sind zwar? Wahrscheinlich schon, wenn er... Also nachher wenn er will. Weil... Was heißt... Ich baue ein bisschen Holz. Ich baue schon mal ein oben. Was baue du? Ein oben. Ein oben? Genau, ein oben. So. Dann haben wir schon mal den Anfang unserer liegen Drücken gehabt. Ja. Die über den See geht. Und es wird auch schon langsam Nacht. Das wird dann... Soll ich das? Soll ich denn? Das ist spannende Zeit. Ich mach das Fleisch, mach ich mit. Mit zwei Fichten heute soll ich es parken. Da sind wir nachher drüben. Ich schließe die Aussicht. So. Achso. Und ich wundere mein Skin Institute von Far Cry 3. Ist halt der Typ von Far Cry. Was? Ja. Guck. Tada. Was Montenegro von Far Cry 3. Krass. 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 Ah, hier ist was. Ich brauche Vorkillen. Wie cool. Ah, ich schweifel mich immer. Du baue schon mal eine Mine. Ach nee. Wir müssen ja... Wo willst du überhaupt das Haus bauen? Guck ich jetzt mal. Ich baue es erst mal. Fynn und ich haben so gesagt, dass er das untere Haus sozusagen baut und ich das obere Haus. Ja. Ich baue den Keller. Ich bin der Kellertyp. Ich bin der schöne Typ, der da oben drückt. Ich bin ja ein Soldat. Ich bin ein Soldat? Und weil ich ihn von Far... von... Das ist weg, oder was? Ich hab eine Cola. Guck mal. Okay, wo du raus fackeln? Ich baue dich schon mit drei Cola und dann braue ich uns die Fackeln hin. Weil wir Licht haben. Ich mag das nicht mit Döpfel zu essen. Aber ich brauche unbedingt Essen. Alter, diese Baumstämme, ne? Baumstämme, ne? Baumstämme. Ich... äh, ich kling rein. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. 12 Fackeln. Ey, ich kann nicht runter. Was ist das für ein Leg? Seht ihr das? So. Der Anfang der Brücke ist schon fertig. Wir wollen natürlich die Welt wieder um... Apfel! Umgenerieren. Apfel! Wie ist das nicht ich denn auch? Gib mir den. Gib mir den. Ich brauche den. Ich brauche den ganz strikt. Stress! Ach ja. Alter, ich haue und ich regge nicht mehr. Okay, ich gehe mal gucken, ob hier irgendwer ein Zumbi oder so ist. Der ein bisschen Stress haben will. Und das ist ganz schön. Was ist das da hinten? Hühnchen? Das können wir nachher anpflanzen. Entpflanzen? Entpflanzen Hühnchen. Ja, so fortpflanzen halt, ne? Hallo Hühnchen! Nicht töten. Hallo, ich finde dich voll geil. Ich bring dich schon mal zum Samstag. Komm mit. Hast du keine Weizensamen? Ja doch. Komm, ich habe sogar Weizensamen. Ja, dann warte, soll ich ein kurzes Gehege bauen? Beide nicht. Okay, wo du ein kleines Gehege füllt hast. Komm mit Hühnchen. Komm. Ich möchte nichts böses von dir. Ich möchte dich nicht richtig weggewandeln. Föhnen? Oh, hier bin ich Hühnchen. Ich weiß nicht, wo ich hinlade. Komm, bring das hier rein. Hier hinten. Wo bist du? Komm hier rein. Wer bist du? Komm mal, junge Ecke. Wo bist du denn? Ich bin bei uns am Haus. Bist du das? Oh ja, da. Hier, bring das hier rein. Hier, in das Gehege. In das schöne Motorgehege. Komm her, Hühnchen. Komm her. Nicht im Wasser. Warte, ich schieb das. Ich schieb das. Jule, treib jetzt nicht böse. Komm, geh weiter, Hühnchen. Geh weiter. Schönchen, aber jetzt hat es den Sinn von diesem Ding verloren. Ich kenn den Trick dabei. Den Sinn. Ist drin. Geh rein, das kommt ja aber raus. Ja, komm schnell raus. Schieb es rein. Komm schnell raus. Ha, ha, ha. Ich hole mal ein Hühnchen. Ha, ha. Ich wollte kurz Leiter hin, oder? Ne. So. Dann können wir das füttern. Wenn wir noch ein zweites Hühnchen oder so haben. David, das hier mit David Walzensammeln missgeben. Das hat so lange mir gefroren. Gib ihm das mal jetzt. Bitte. Oh, ich auch. Jetzt liebt es dich. Ich will noch mal ein bisschen mehr Walzensammeln sagen. Ich hab ganz viele Spinnen. Also wir kommen jetzt selber und nie wieder zurück. Und das ist eigentlich der einzige. Deswegen müssen wir uns vorbereiten auf das. Ich hab ganz viele Spinnen. Ich hab ein paar Bäume, ein paar Fackel. Ich hab ganz viele Spinnen. Ja, es ist schön, dass irgendwo in der Runde alle lautmall sind. Ich sehe eine Spinnen. Hallo Spinnen. Ich mag dich. Aber du mich nicht, oder? Ja, du hast sie gekillt. Genau, einen Bogen brauchen wir sehr dringend für die Garst. Stimmt. Die nachher kommen. Oder Schneebälle. Schneebälle für Garst. Oder wir angeln die. Das geht auch. Das geht auch. Das geht wirklich. Das ist alles. Oder wir schießen die zurück. Das geht auch. So dann brauche ich hier mal ein bisschen weiter. Ey, geh mal weg. Ich frage es gleich schon vorbei. Dann machen wir noch eine zweite Frage. Ich will mir noch dazu gucken. Ich werde mal ganz kurz hier auf diesem Block hier. Wer du kürzt mich? Nein, ich will nicht verspreche. Dreh ich jetzt um und es nicht der Ball. Ne, du willst mich vergewaltigen. Kann ich? Was denkst du denn von mir? Ich finde der vergewaltiger. Ich suche noch ein Hühnchen. Er suche mal noch ein Hühnchen. Aber Vorsicht, dass du ihn nicht stärkst. Wir haben Angst vor dich. Wir brauchen ja auch fürs Hühnchen. Ja. Denn dann haben wir schon einen Hühnerfahren, damit wir uns dann nachher feilen und sowas brauchen. Eigentlich brauchen wir gar kein zweites Hühnchen. Das macht eh Eier. Ja. Ich weiß, das ist der Ort aber derbe lange. Nein. Weil du eh nichts zu tun hast. Das dauert 3 Minuten. Ich weiß aber, weil du eh nichts zu tun hast, würde ich dir warten. Ich brauche eine Leiter. Suche einfach ein zweites Hühnchen. Warte, was ich mal ganz kurz sagen. Hast du mit Holz? Das kann kein Holz. Ich mach das gleich. Ich mach das gleich. Such du mal noch ein zweites Hühnchen. Hühn? Das machen wir ja nachher für ihr Leder. Nur nicht rum. Die nicht töten. Die soll hier ein bisschen leben. Können wir nicht leben dürfen. Warte, ich nehm die Art durch. Quick Up! Stirb! Junge nicht! Oh man, Finn. Ich seh eh nicht so ein Lamm aus. Das ist hier eh nur im Wasser. Ich mach hier alles. Wer macht das wieder in der Normal? Sammle die scheiß Erde ein und mach das wieder in der Spinne. Stirb! Ich hab mich gerade schocken. Das ist sofort Action. Guck mal, jetzt hier merkt man gar nicht. Guck jetzt, hier merkt man gar nicht, dass hier was war. Nein, das ist doch nur das Eis was da einfach nur in Allo fliegt. Ah nein! Nein, ein Skelett! Ich helfe dir! Ich bin Superman! Ich schaff das. Nimm den Knochen davon. Dann können wir damit den Runden ziehen. Da hast du nur 2 Pfeile gefallen. Da hast du nur 2 Pfeile gefallen. Ist da nur 2 Pfeile gefallen, will das denn? Scheiße, Scheiße. Hast du eine Schaufel für mich? Wir möchten eher ein bisschen Schneebälle fahren. Nein, wir machen doch... Gib mir mal gleich bis 16 Schneebälle. Nein. Was würdest du dir machen? Ich möchte damit Tiere jagen. Ha, ein Schaf. Guck mal, den Hund an der Folge war ein Schaf. Hallo, Katze. Das ist so geil. Die Erwarten-Sex. Warte, ich das nehme ich auch. Nachher machst du noch romatische Musik da rein. Guck, das küsst du. Finn, 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 ich habe eine Aufgabe für dich. In der nächsten Folge wirst du Kürbis zu suchen. Aber jetzt müssen wir erst mal die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.